Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. Heute geht es um das Thema Dutch Oven, die Wahrheit über Dutch Oven. Welche Dutch Oven sollte man sich nicht kaufen, welche sollte man sich kaufen? Worauf kommt es beim Kauf wirklich an? Was für Mythen, was für Werbeversprechen von Herstellern sind im Raum? Was bedeutet das in der Theorie und welche Auswirkungen hat das nachher auf die Praxis? Ist das wirklich für euch relevant, was Hersteller euch versprechen oder eben auch nicht? All das klären wir in diesem Video und am Ende kann ich euch ganz klar und definitiv sagen, welche Dutch Oven ihr euch kaufen solltet. Los geht's! Treue Zuschauer des Kanals wissen, ich stehe hier nicht in meiner Außenküche, wo wir normalerweise die Videos drehen, sondern ich stehe hier bei mir in der neuen Grillschule. Das ändert aber nichts daran, dass das Video genauso strukturiert aufgebaut ist wie immer. Ihr findet also unten in der Zeitleiste die einzelnen Kapitel und könnt immer genau an die Stelle springen, die euch am meisten interessiert. Falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr am Ende des Videos ein Feedback in den Kommentaren da lasst. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen nach oben da lasst und vielleicht auch ein nettes Abo. Danke dafür, jetzt geht's los. Starten wir mit der Bauart. Denn Dutch Oven, die gibt es nicht nur in dieser Form, wie sie hier stehen, sondern auch in anderen Formen. Ich habe die in anderen Formen aber jetzt nicht hier stehen, weil ich tatsächlich nicht die Berechtigung sehe, diese Formen auch zu kaufen. Im Laufe des Videos werde ich das näher aufschlüsseln. Ich meine damit jetzt nicht zum Beispiel auch solche Kastenformen, sondern ich meine wirklich die Optik eines Dutch Ovens. Ihr seht hier Dutch Oven mit oder ohne Füßen. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Die allerdings von ihrer Optik alle so aussehen, dass sie auch am Deckel entsprechende Füße haben. Es gibt auch Dutch Oven, also gusseiserne Töpfe, die haben einfach einen etwas abgerundeten Deckel, der keine zusätzlichen Füße hat. Die sehen auf den ersten Blick, finde ich, etwas langweilig und unspektakulär aus und haben aber eben auch bauartbedingt einen Nachteil, nämlich, dass man den Deckel, den man mit diesen Füßen super als Pfanne nutzen kann, nicht als Pfanne nutzen kann. Und auch die Oberfläche ist, wenn ich so einen runden Deckel umdrehe, nicht ebenerdig, wie ich das gerne bei einer Pfanne hätte, sondern eben gewölbt und da habe ich keine gute Hitzeverteilung. Ich kann das nicht auf dem Grill nutzen oder gut über dem Feuer nutzen und deswegen fallen diese Dutch Oven für mich direkt wieder raus, weil sie preislich auch nicht günstiger sind als Dutch Oven dieser Bauart. Die erste klare Aussage also für dieses Video ist, ein Dutch Oven dieser Bauart würde ich euch empfehlen. Die sind am vielseitigsten, da haben wir am meisten mit dabei, denn wir haben die Wahl, den Dutch Oven mit Füßen zu wählen oder ohne Füße zu wählen. Wie gesagt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Wir haben auch Füße am Deckel und können den Deckel somit als Pfanne benutzen. Wir haben kleine Einsparungen zwischen Deckel und Topf, wo wir ein Kernthermometer durchschieben können. Wir haben einen Henkel zum Hochheben. Wir haben oben eine Öse, um den Deckel mit einem Deckelheber hochzuheben. Und ich finde persönlich auch optisch einfach die schönere Form. Um das Kapitel Bauform abzuschließen und überzuleiten zu dem Kapitel Eigenschaften von Dutch Oven, möchte ich auch einmal das Thema Beschichtung eines Dutch Ovens ansprechen. Wir haben jetzt hier wirklich traditionelle gusseiserne Töpfe. Die sind beschichtet mit einer Patina. Das bedeutet, die sind eingebrannt und die werden auch bereits eingebrannt zu euch geliefert. Das ist unentwegt, egal welche Marke ihr euch holt oder auch No-Name-Produkt, egal was ihr euch holt. Die sind immer vorab eingebrannt. Man nennt das auch seasoned. Jetzt gibt es aber auch einige Hersteller bzw. einige Angebote, die beschichten ihren Dutch Oven z.B. mit einer Keramik-Emaille. Das sind dann immer noch gusseiserne Töpfe. Allerdings haben die eine Emaille-Schicht entweder von innen oder auch dann von außen drauf. Und diese Emaille-Schicht, die gibt es z.B. in verschiedenen Farben. Dann könnt ihr euch einen roten Topf holen oder einen grünen Topf oder was auch immer. Und diese Emaille hat vor allem einen großen Vorteil, nämlich die Reinigung. Zum Thema Reinigung werde ich allerdings noch ein Video machen, denn da gibt es auch ganz viele Mythen. Und ich sehe diesen Vorteil der Reinigung bei einer Emaille nicht, denn bei der Reinigung eines Dutch Ovens aus Gusseisen gibt es gar keinen Nachteil. Auch wenn das immer wieder gesagt wird, das klären wir aber in einem extra Video. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Eigenschaften. Hier müssen wir jetzt Theorie und Praxis ganz stark voneinander trennen. Denn bei den Eigenschaften gibt es tatsächlich markante Unterschiede zwischen den verschiedenen Marken an Dutch Oven und natürlich auch dort zwischen den unterschiedlichen Preisklassen. Meiner Ansicht nach ist davon vieles aber in der Praxis nachher gar nicht relevant. Wenn wir uns nämlich anschauen, wie das Grillergebnis wird bei einem Dutch Oven, der viele der positiven Eigenschaften, die ein Dutch Oven haben könnte, nicht hat, dann wird das Grillergebnis trotzdem zu nahezu 100% genauso gut. Ich möchte deshalb diese ganzen Werbeversprechen der Hersteller hier gar nicht wiedergeben. Die könnt ihr euch auf deren Webseite durchlesen. Mir geht es aber um so drei bis vier Punkte, die ich für tatsächlich kaufentscheidend halte, selbst wenn sie nachher kaum einen Einfluss auf das Ergebnis beim Essen haben. Jedoch hat man dadurch trotzdem Vorteile. Als ersten Punkt anführen möchte ich da die Materialstärke. Eben habe ich schon bei den bauartbedingten Dutch Oven, die ich genannt habe, mit diesem etwas runderen Deckel gesagt, dass die mir optisch nicht so gut gefallen und dass die mir von der Verwendbarkeit nicht so gut gefallen. Die haben noch einen entscheidenden Nachteil, nämlich ist dort die Materialstärke in 90% der Fälle deutlich einem solchen Dutch Oven unterlegen. Aber selbst wenn wir jetzt Dutch Oven dieser Bauart miteinander vergleichen von unterschiedlichen Herstellern, dann haben wir hier materialtechnisch bei einigen günstigen Marken oder auch vor allem bei den No-Name-Produkten deutliche Einsparungen in der Materialmenge, die die verwenden. Denn darüber lässt sich der Preis natürlich prima drücken. Und hier muss man eine kleine Lanze brechen für Petromax. Denn Petromax als, ich sage jetzt mal, der Ferrari unter den Dutch Oven, hat hier durchweg meiner Erfahrung nach und allem, was ich bisher so gewogen und abgemessen habe, die dicksten Materialstärken und das vor allem im Boden von einem Dutch Oven oder auch von einer Pfanne. Und genau dort brauche ich das Material auch. Die Seitenwände sind nicht so wichtig. Ob ich dann nachher bei so einer Materialstärke einen Millimeter mehr oder weniger habe, wirkt sich nicht aus. Ob aber der Boden nochmal ein, zwei Millimeter dicker ist oder weniger dick ist, kann sich vor allem, wenn ich Fleisch anbraten will, doch sehr bemerkbar machen. Und die nächsten drei Aspekte, die kann man so ein bisschen zusammenfassen in puncto Qualität generell des Gusseisens. Denn es spielt natürlich eine Rolle, aus welchem Ausgangsmaterial ein solcher Dutch Oven hergestellt wurde. Habe ich dafür hochwertiges Eisen genommen oder eher minderwertiges Eisen genommen? Ist das eventuell sogar recycelt worden und dadurch vielleicht sogar nochmal ein Ticken besser? Ja, tatsächlich kann recyceltes Eisen, was bereits schon mal eingeschmolzen wurde, eine höhere Qualität aufweisen. Dann kann ich dadurch schon mal Fehler vermeiden bzw. reduzieren und dadurch eine bessere Oberflächenstruktur meines Dutch Ovens schaffen. Denn diese Struktur ist besonders wichtig, wenn es darum geht, wie rostanfällig ist ein Dutch Oven, wie gut kann ich ein Dutch Oven generell von Anfang an einbrennen und dadurch natürlich auch, wie lange habe ich Spaß damit und wie einfach fällt mir die Reinigung. In diesem Kontext wird dann viel über Fehler gesprochen. Fehler pro Quadratzentimeter, weil wenn ich Gusseisen gieße, ist es nie zu 100% perfekt. Das muss man wissen. Selbst bei einer Marke wie Petromax habe ich pro Quadratzentimeter hier und da ein paar Fehlerchen drin. Muss aber da auch wieder sagen, bei Petromax habe ich hier mit Abstand am wenigsten drin. Nehme ich jetzt einen No-Name-Hersteller, der zum Beispiel auf einer großen Internetplattform wie dem Amazonas seine Produkte direkt in Fernost hergestellt anbietet. Also ohne, ich sage jetzt mal westliche Standards, ohne entsprechende Qualitätskontrollen. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass deutlich mehr Einschlüsse vorhanden sind, dass auch mal Luftblasen im Material vorhanden sind. Das erkenne ich, wenn ich irgendwo zum Beispiel irgendwelche Wellen habe, weil die Menge des Materials ist gleich. Wenn es dann an einer Stelle dicker ist, liegt es nicht daran, oder meistens nicht daran, dass da mehr Material verwendet wurde, sondern es liegt meistens daran, dass da Lufteinschlüsse sind, was wieder dazu führt, dass die Wärmeverteilung eine ganz andere ist, dass das irgendwann aufplatzen kann und dass der Dutch Oven dann doch nicht so lange hält, wie er halten könnte. Denn wenn ich mir einmal einen vernünftigen Dutch Oven hole, dann kann der für den Rest meines Lebens halten. Dazu aber mehr im Fazit. Genug Theorie, kümmern wir uns jetzt um die Praxis. Hat das, was ich eben gesagt habe, in der Praxis tatsächliche Auswirkungen? Und da muss ich jetzt ganz klar sagen, jein. Wenn ich mir einen vernünftigen Dutch Oven hole, dann nicht. Der Unterschied zwischen einem Petromax oder zum Beispiel jetzt hier einem Barbecue Toro, den ich beispielsweise hier stehen habe, der ist im Endergebnis vom Grillergebnis oder von dem, was ich im Dutch Oven zubereite, das ist ja definitionsgemäß eigentlich gar kein Grillen, nicht merklich, muss man einfach so sagen. Der hier ist allerdings preislich etwas günstiger als der Petromax. Haptisch kann ich das auch merken. Ich merke hier schon bei dieser Preisdifferenz, das hier ist tatsächlich das etwas feinere Material als hier beim Petromax. Man muss aber auch dazu sagen, das vom Petromax ist kein grobes oder schlechtes Material. Das ist ebenfalls schon ein sehr guter Dutch Oven. Um das jetzt einmal zusammenzufassen. Egal welchen Dutch Oven ihr euch holt, ihr könnt mit jedem Dutch Oven und sei das der günstigste Reseller Dutch Oven aus Fernost über irgendeine Internetplattform, damit könnt ihr tatsächlich dieselben Ergebnisse erreichen wie mit einem Petromax. Das muss ich an dieser Stelle ganz klar so sagen. Es gibt trotzdem Gründe, die für mich dagegen sprechen würden, mir einen solchen Dutch Oven zu kaufen. Und das möchte ich jetzt im Abschluss des Videos einmal konkret benennen. Wenn ich mir einen vernünftigen Dutch Oven zulege, dann ist das ein Produkt, was im Idealfall für den Rest meines Lebens hält. Was ich für den Rest meines Lebens benutze. Und hier müsst ihr überlegen, wollt ihr wirklich 10 bis 20 Euro sparen für einen so langen Zeitraum, nur um ein möglichst günstiges Produkt zu haben, was nachher vielleicht nicht so toll ist, wie das, was ihr hättet haben können, wenn ihr einfach nur ein 10er mehr auf den Tisch gelegt hättet. Um zu verdeutlichen, was ich damit meine, denkt mal an euren eigenen Grill. Wenn ihr euch schon mal einen wirklich tollen Grill geholt habt, macht das nicht viel mehr Spaß, damit zu grillen, wenn ihr sagt, das ist der Grill meiner Träume, das ist wirklich ein tolles Teil, was ich hier auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder im Garten stehen habe. Da gehe ich mit Freude ran, probiere mich aus, weil genau darum geht es doch, wenn wir draußen Outdoor-Lebensmittel zubereiten. Das ist ein Hobby, das ist eine Leidenschaft und das macht Spaß. Und diese 10 bis 20 Euro, die ich für einen Dutch Oven mehr ausgebe, dafür aber eine entsprechende Marke habe, wo ich tatsächlich nicht nur den Markennamen zahle, sondern auch eine bessere Qualität bekomme, dann ist das etwas meines Erachtens und was für mich persönlich immer einen Mehrwert bietet und es macht mir damit einfach mehr Spaß. Zweitens, wem möchtet ihr euer Geld geben? Vor allem in der heutigen Zeit finde ich es wichtig zu überlegen, wofür gebe ich mein Geld aus und wem gebe ich mein Geld? Was unterstütze ich mit meinem Einkauf? Und da solltet ihr euch überlegen, wollt ihr nicht, vor allem wenn es preislich um so wenig Geld geht, einen deutschen Hersteller eventuell unterstützen, wollt ihr eventuell nicht den Fachhandel unterstützen oder sagt ihr, nee, ist mir vollkommen egal, die 10 Euro, die stecke ich mir in meine eigene Tasche und Produkt muss auch nicht perfekt sein, Hauptsache es reicht und ich kann so viel wie möglich sparen. Wenn ihr das so seht, wunderbar, dann kauft euch den entsprechend günstigen Dutch Oven. Ihr habt jetzt von mir erfahren, auch damit könnt ihr wunderbar Gerichte zubereiten. Und als dritten und letzten Punkt, denkt auch einmal daran, wenn ihr bisher noch kein Dutch Oven habt, ihr werdet, wenn ihr euch ein Dutch Oven holt, euch in Zukunft einen zweiten, einen dritten und einen vierten mit dazukaufen. Denn es gibt sie in unterschiedlichen Größen und Bauformen für unterschiedliche Einsatzzwecke mit Füßen und ohne Füße. Auch dazu wird es hier nochmal extra Videos geben. Aber die Leute, die jetzt schon mehrere Dutch Oven haben, die können mir ja gerne mal in den Kommentaren bestätigen, ob ich recht habe. Denn Dutch Oven, da sagt man immer, die vermehren sich sehr gerne sehr schnell. Und das kann ich persönlich auch bestätigen. Und wenn ich mir dann einmal eine bestimmte Serie an Dutch Oven geholt habe, finde ich es immer ganz schön, wenn das auch einheitlich bleibt. Wenn ich mich also für eine Marke entschieden habe, dann kann ich mir da immer wieder neue Dutch Oven holen. Entscheide ich mich jetzt für irgendeine No-Name-Marke, dann gibt es die vielleicht in einem Monat nicht mehr. Dann muss ich mir einen anderen Dutch Oven holen. Dann habe ich irgendwann ein buntes Sammelsurium. Auch das ist in Ordnung. Für mich persönlich aber ein Grund, mich für einen Hersteller zu entscheiden, wovon ich dann auch über die nächsten Jahre auf jeden Fall noch Dutch Oven nachkaufen kann. Und wenn ich mich für einen deutschen Hersteller entscheide, wo ich auch meinen Garantieanspruch gelb machen kann. Damit möchte ich meinen Gedankengang jetzt hier für das Video auch einmal abschließen. Schreibt mir gerne eure Gedanken, eure Erfahrungen, euer Wissen unten in die Kommentare. So ein Video ist niemals perfekt. Ich bin auch nicht allwissend. Das bedeutet, ihr könnt das Ganze gerne ergänzen. Wir tauschen uns unten konstruktiv aus. Und wenn ihr Teil dieser Community sein wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Und werdet gerne auch Teil der Facebook-Grill-Community, wenn ihr noch Facebook habt. Oder wenn ihr Instagram habt, dann folgt uns auch gerne auf Instagram. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Und wer bis hierhin zugesehen hat, für den gebe ich jetzt nochmal den Tipp. In der Videobeschreibung und im ersten angepinnten Kommentar habe ich sowohl für Petromax als auch für Barbecue Toro die preisleistungstechnisch besten Angebote, die ihr jemals dafür kriegen könnt. Das ist kein Witz, das ist keine Übertreibung. So etwas mache ich hier gerne auf dem Kanal möglich. Und das habe ich für beide Marken möglich machen können. In diesem Sinne viel Spaß beim Shoppen und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.